Friedrich Nietzsche, der Gärtner Ich kann mich ganz so behandeln, wie ein Gärtner seine Pflanzen. Ich kann Motive von mir entfernen, dadurch, dass ich mich von einem Orte, einer Gesellschaft, entferne. Ich kann Motive in meine Nähe stellen. Ich kann den Hank, so gärtnerhaft gegen mich zu verfahren, künstlich pflegen oder verdorren machen. Wir haben es in der Hand, unser Temperament wie einen Garten auszubilden. Erlebnisse hineinpflanzen, andere wegstreichen. Eine schöne, stille Allee der Freundschaft gründen. Verschwiegene Ausblicke auf den Ruhm sich bewusst sein. Zugänge zu allen diesen guten Winkeln seines Gartens bereithalten. Dass er uns nicht fehle, wenn wir ihn nötig haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.